Ich glaube, das ist wirklich Seans Schuld. Oh, was gemacht? Ich dachte, jetzt kommt. Von Titanic. Oh, ich glaube, ich kann mal eben nach Schule schauen. Hast du auf den Jaxen auch? Es wird nicht dann da. Klar, na sicher. Wir bleiben hier. Was, Jason? Komm, Schatz. Äh, wie öffnen die? Habt ihr gesehen, wie die dort gerade gelaufen ist, diese Blonde? Dann gesteuert. Ja. Jetzt ist er weg. Er ist ein Chicken Wing geworden. Den können wir gleich für den Kindergeburtstag nutzen. Hallo, Karin. Hallo. Aber ich glaube, Trula, deine Familie findet es auch nicht ganz verkehrt, dass sie jemanden in der Familie haben, der sich gerne um die Kinder kümmert. Jason. Jason. Wie der da steht. Mein Kind ist weg und der guckt sich erstmal so eine Schuhe an. Jason. Ihr kennt ja von Knallerfrauen diese, diesen Gag, wo sie am Strand sitzt und immer ruft, Laura, Laura, geh nicht so tief ins Wasser. Und dann kommt dann so eine andere Frau an und sagt, Mensch, sie müssen sich schon bewegen. Und sie sitzt dann so da, Laura. Daran erinnert mich das gerade mit dem Jason. 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 Oh, er ist lauter geworden. Jason. Jason. Soll ich denn jetzt rufen? Achso, ich kann rumlaufen. Haben Sie Jason gesehen? Jason. Hallo, haben Sie Jason gesehen? Was ist hier? Jason. Jason. Und er ist schon dein Clown, da ist er doch. Die Trin. Jason. Du darfst nicht einfach so weglaufen, weißt du? Hier drin sind zu viele Leute. Bitte, Dad. Kann ich einen haben? Ich hätte so gerne einen. Bitte, Dad. Komm. Okay. Wir kaufen einen Ballon. Cool. Hey, Großer. Wie heißt du? Jason. Welchen Ballon möchtest du, Jason? Äh, der rote. Bitteschön. Kostet 20 Dollar. Das macht dann 2 Dollar, Sir. Passt. Jason, warte. Warte auf deinen Dads. Es ist wirklich voll hier. Stimmt so. Ach, Jason. Jason, es ist unmöglich, in den Gedränge Schuhe anzuprobieren. Wo ist Jason? Er war gerade noch da. Ich habe ihm einen Ballon gekauft. Und jetzt ist er weg. Einfach weg? Was meinst du mit weg? Du bleibst hier. Ich hole ihn. Bin sofort zurück. Jason! Ja, Karin. Ich dachte mir, ich fange heute mal ein neues Spiel an. Das heißt Heavy Rain. Wir spielen es auch noch nicht so lange. Du hast doch nicht viel verpasst. Ach, die Musik. Ein bisschen wie bei Assassin's Creed. Hm? Ich hyperventilieren. Der atmet ein bisschen laut. Oh, man kann hier runter gucken. Wo ist der rote Ballon? Schnell. Ich muss sofort nach unten, sonst verliere ich ihn im Gedränge. Hier war doch nur Gold. Jason ist weg. Mehr ist noch nicht passiert, ja. Jason! Äh. Äh. Hallo? 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 Was ist denn hier der Ballon? Jason! Warum komm ich denn nicht hinterher? Er ist mal laufgefallen. Pass auf, hier ist kein Jason beim guten Ballon. Das ist echt so. Das ist nicht Jason. Das ist nicht Jason. Wo kommen denn die Leute plötzlich her? So was ist hier? Und die ganzen Daten? Da ist der Ballon wieder weg. Okay. Oh, oh, nicht über die Straße laufen! Oh, oh, nicht alle schwimmen. No! Jason! Jason! Oh, mein Gott. Nein, nein. Nein, nein, Jason. Oh mein Gott, nein. Nein. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, nein. Oh nein. Und es hat jetzt Sprechzeit. Noch ein Gedankesmusik. Sorry, es ist gerade laut. Das ist übrigens schon der Abspann. So, ich habe das Spiel durchgespielt. Es ist wirklich ein bisschen unlogisch. Vor allem weinen die alle nur um Jason? Was ist denn mit Ethan? Dem ist sicherlich auch was passiert. Alle nur Jason. Spiel fertig. Da steht zwar was mit 8-12 Spielstunden. Ich habe es in 45 Minuten durchgespielt. Hallo, Saps. Schön, dass du da bist. Aber ich muss sagen, ich mag ja diese Art von Spielen. Ich habe Life of Strange gern gespielt. Ich habe Detroit Become Human gern gespielt. Ich glaube, also bis jetzt muss ich Bills auch recht geben. Bis jetzt finde ich es schon ganz gut. Aber es ist noch gar nicht so viel passiert. Habe ich übersprungen jetzt drüber? Also wir leben noch. Zwei Jahre später. Heu traurig. Nee, schon. Hallo, Julia. Schönen guten Nachmittag. Also der läuft gerade alleine. Jetzt kann ich ihn steuern. Ich gehe davon aus, dass Sean sich selber angeschnallt hat. Ich sehe doch ein Sicherheitswort ist da. Jetzt ist der Motorrad. Ach, Automatik ist der Motorrad. Ok, das Auto kann ich nicht lenken. Das wäre auch cool. Hat doch so ein bisschen GTA-Stil hier rein. Ich habe so ein bisschen optisch das Gefühl, dass wir in der Zeit zurückgesprungen sind. Guck mal, die haben jetzt auch nicht mehr dieses schicke Haus. Ich glaube, der hat den Job nicht mehr. Bestimmt den Job verloren. Der psychische Probleme hatte. Seine Frau hat auch Probleme. Aber, so schlimm wie die Situation auch ist, man kann bitte im Haus die Schuhe ausziehen. Ach so, jetzt hat er die Schuhe aus. Ja, es ist bitter, aber ein Leben ohne Jason ist... Oh. Das habe ich nicht gelesen. Irgendwas mit siebter Killer. Ich mag das aber nicht, wenn die Kamera unten... Wieder mal einfach ganz in die Ecke. Kann ich das nochmal lesen, bitte? Was stand hier? Siebter Killer schlägt wieder zu? Äh, oder... Oh, sowieso was. Siebter Killer schlägt zu, ist Quatsch. Ich möchte... Ich möchte... Ich möchte das, was du hier hingelegt hast, angucken. Wie für mich. Sie suchten und riefen sie. Sie weinten und flehten, doch alles war vergeblich. Die Kinder wurden nie wieder gesehen. Das ist ein typischer Brief, den ich auch jedes Mal bekomme. Tja, also irgendwie... Schauen. Also ich muss mir in solchen Spielen immer alles ganz genau angucken. Also wenn ich in irgendein Gebäude komme, dann muss ich erstmal alles ablaufen. Ich wollte gerade sagen, es ist ja fast so spät wie bei uns. Horn. Ist die Mutter nicht da, dass die dem alles aufschreibt? Ich muss ja wohl wissen, wann Sean essen muss. Die Zeit vergeht schnell. Okay, wartet mal. Wie spät war es jetzt? 17.30 Uhr. Was müssen wir 17.30 Uhr machen? Ich muss gleich ins Bett. Ja, fast. Ja, fast. So ein echtes ist es ein bisschen später. In einem Spielverkehr geht die Zeit sehr schnell. Jetzt ist es... Bestimmt schon... Sechs gleich. Es ist schon kurz vor dreiviertel sechs. Der Kleine muss gleich... ins Bett. Ina! Oh, ich muss wieder... Das ist ja immer aus dem Tetra-Pakt-Ring. Na nicht. Sean, du musst glaube ich jetzt ins Bett. War mit. Ich kann mit dir nichts machen. Guck Fernsehen. Immer in den Garten. War ich noch nicht. Ich... 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 jetzt hey was muss ich machen das muss ich machen das ist heavy rain tatsächlich ich habe nämlich vorhin geguckt bei steam und die ganzen demos ich hatte die kann ich nicht mehr spielen war tatsächlich glaube ich nur bis zum 22 so können wir froh sein dass wir letztens dass wir letztens grounded gespielt haben das ist jetzt auch abgelaufen das könnte man jetzt auch nicht mehr spielen erst mal reden willst du ein bisschen reden worüber denn ja über dich deine freunde wie alles läuft es ist alles wie immer papa du stehst im bild hat gerade keine gedanken es ist schon halb sieben wir machen sie später ok ich denke wir sollten gleich damit anfangen dann haben wir es aus dem weg ok deine tasche und dann ab in die küche mir geht es sehr gut tatsächlich kann sie ja mach mal aus mach mal aus mit dieser zeitplan den schaffen wir doch niemals wenn er jetzt noch hausaufgaben machen muss also manchmal ist die steuerung bisschen schwierig aber das kenne ich schon von detroit und life is strange grace hat schon am wochenende er scheint es kaum abwarten zu können wieder bei ihr zu sein die leben getrennt es ist essenszeit ich mache liebe für schon etwas ich kann mich hier hinsetzen ich bin fertig kann ich jetzt fernsehen nein ich muss hausaufgaben kontrollieren ich muss hausaufgaben kontrollieren ich muss hausaufgaben kontrollieren lass mal sehen ziemlich gut dann bist du fertig na geh schon oje sina dann nimm dir was zu knabbern um dir was leckeres zu trinken und wir spielen auf jeden fall heute noch eine weile so aber ich wollte doch abends essen machen weißt du was gibt keiner wenn er nicht danach fragt hat er wohl auch keinen hunger so schauen du musst ins bett ich schaue mal ob ich eine medizin für dich finde wie läuft es in der schule ist ein lehrer nett alles bestens dead best dead in the world echt also gerade kinder die werden nie groß sagen die haben hunger aber ich gehe nie so früh ins bett bett jetzt es schadet gar nichts wenn du mal früher schlafen gehst du bist gemein du willst mich doch nur loswerden damit du deine ruhe hast ich hasse dich ist das schon die pubertät ich glaube nicht warte 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 erst dann sie aus jetzt gehen wir zu schorn gehen zu schorn und schauen wie es ihm geht das ist das bad will ich jetzt nicht hin ist doch nicht schorn hier er ist schorn viel mord guten abend ja guten abend kann man schon sagen nee es regnet schon das sagt man nicht es geht behemoth also ich bin ja noch relativ am anfang aber es ist halt so typisch detroit wo du auch denkst ich möchte eigentlich gerade nach rechts und dann dreht plötzlich die kamera und dann läuft der halt dann in die andere richtung weiter weil du den stick natürlich noch nach rechts behalten nach rechts hältst aber noch stört es mich nicht so sehr es kann sein dass es mit der zeit noch ein bisschen schlimmer es ist auf jeden fall erstmal viel so mit dem l1 kamera drehen l2 sind die gedanken r2 zum laufen dann mit dem rechten stick die ganzen bewegungen machen ja ja also die schwarze hatte ich auch schon gespielt offline los junger r2 r2 r3 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 r4 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 r5 r3 r5 r4 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 r5 r1 r3 r5 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 1 Beyond Two Souls habe ich auch noch da. Ollaby Corner North.